Er ist 100 Jahre alt, aber fit wie ein Turnschuh. Nach sechs Stunden überquert Fauja Singh bei einem Marathonlauf in Toronto überglücklich die Ziellinie. Auf die Frage eines Reporters, wie er das geschafft hätte, sagt er, ich habe einfach einen Schritt nach dem anderen gemacht. Genauso ist unser Leben. Ein Weg, der die Chance bietet, Ziele zu erreichen, die wir nie für möglich gehalten hätten. Und der ein unbeschreibliches Glücksgefühl für alle bereithält, die es tatsächlich erreichen. Das Ziel ihrer Träume. Auch wir als Unternehmen haben ein Ziel. So viele Menschen sehnen sich danach, so lang und so gesund wie möglich zu leben. Und wir möchten sie genau dabei unterstützen. Mit einem Konzept, das unserem Anliegen einen Namen gibt. Healthy Steps. Schritt für Schritt begleiten wir sie auf ihrem Weg zu einem gesünderen, nachhaltigeren und erfolgreicheren Leben. Sie wollen mehr davon erfahren? Aber gern. Lassen Sie uns einfach einen Schritt nach dem anderen machen. Von Anfang an hängt Veränderung von Ihrer Entscheidung ab. Denn ohne den ersten Schritt bleibt jeder Wunsch ein Traum. Und weil es sich schon heute lohnt, über die Lebensqualität von morgen nachzudenken, ist der erste Schritt Juice Plus Premium. Viele schaffen es nicht, jeden Tag die notwendige Menge an Obst, Gemüse und Beeren zu essen. Dabei ist der Mangel an Mikronährstoffen gravierend. Weil sie den Organismus vor Krankheiten schützen und Vitalität bis ins hohe Alter ermöglichen. Die Lösung dafür ist Juice Plus Premium, das sie optimal mit Mikronährstoffen versorgt. Es ist weltweit die meistgenutzte und wissenschaftlich bestdokumentierte Nahrungsergänzung, die zudem ein gesünderes Ernährungsverhalten ermöglicht, wie die CHS-Beobachtungsstudie mit über 500.000 Kindern und Jugendlichen belegt hat. Ein zu viel an Makronährstoffen dagegen sorgt zwangsläufig für Übergewicht. Deshalb ist der zweite Schritt Juice Plus Shake. Das bringt sie in Form und befähigt sie, ihren Lebensstil nachhaltig positiv zu verändern. Weil es fachlich fundiert, wissenschaftlich typisiert und individuell auf sie zugeschnitten ist. Sprich, keine Diät, die alle machen und viele wieder bereuen, sondern ein multimodales Ernährungs-, Bewegungs- und Verhaltensprogramm, das mit der Kick-Off-Box startet. Und mit den Follow-Up-Boxen können Sie ganz individuell entscheiden, ob Sie noch mehr Gewicht reduzieren oder Ihres halten möchten. Je nach Geschmack. Apropos, in jedem Fall erhalten Sie ein hochwertiges Ernährungsprogramm, das nicht nur gesund ist, sondern richtig lecker schmeckt. Wie die Vanille- und Gemüseshakes oder der praktische Riegel für unterwegs, mit denen Sie Mahlzeiten wirksam und kostengünstig ersetzen können, ohne Kohldampf zu bekommen. Eher greifen Sie, und das ist ein echtes Faszinosum, zum Booster. Der kassiert den Hunger und verstärkt den Sättigungsimpuls. Nachts zum Kühlschrank zu rennen fällt also weg. Aber Bewegung ist gut. Und noch besser ist, wenn Ihre Aktivitäten gemessen und ausgewertet werden. Mittels einer ganz individuellen Bewegungsempfehlung und eines kleinen Begleiters. Smiley. Der Name ist Programm. Schrittweise begleitet Sie dabei der Healthy Steps Coach, der Sie fachkundig berät, rund um die Uhr zur Verfügung steht und so laufend für neue Motivation sorgt. Und egal, ob Sie von einem Marathon träumen oder einfach nur 100 Jahre alt werden möchten, finden Sie jetzt schon in die Form Ihres Lebens und machen Sie Ihren Weg. Schritt für Schritt. 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 Schritt für Schritt für Schritt. Schritt für Schritt für Schritt. Untertitelung des ZDF, 2020